Hallo und Willkommen bei Bonnetspie, ich bin dein Kleiner Süd und ja, meine Damen und Herren, der Kanzler geht zur Gamescom. Und ja, meine Damen und Herren, ich werde ein paar kleine Shows auf der Gamescom casten, für XMG natürlich, wow. Und ihr habt die Chance jetzt halt, mich auf der Gamescom zu sehen, und zwar bin ich in Halle 8. Ja, Halle 8, Stand B010. Die Halle 8 befindet sich dort, wo jetzt gerade meine Mauszeiger ist hier, meine Damen und Herren. Bitches, da, irgendwo hier. Also Halle 8, also ziemlich weit hinten. Würde mich freuen, wenn ihr alle scheint. Das sind übrigens die Daten, wann ich da sein werde. Also am Mittwoch zwischen 12 und 12.45 Uhr und 18.15 Uhr bis 19 Uhr. Am Donnerstag, das ist wahrscheinlich für euch eher interessant, weil Mittwoch ist ein Pressetag. Am Donnerstag von 12 Uhr bis 12.45 Uhr. Am Sonntag noch von 14 bis 15 Uhr. Also je nachdem, ich hoffe, wir sehen uns an den Tagen. Ihr könnt auch fleißig was gewinnen, ich werde wahrscheinlich irgendwas kommentieren. Ihr werdet vielleicht auch die Chance haben, mir zu zocken. Ich weiß es echt nicht. Also was da großartig auf mich zukommen wird. Aber ich denke, es wird eine Hammershow. Vielleicht kriegst du sogar den einen oder anderen Riotler dazu, mit auf den Stand zu kommen. Wer weiß, wer weiß. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr fleißig da seid. Je mehr, desto besser auf jeden Fall. Okay, und ihr könnt auch immer wieder fleißig was gewinnen. Irgendein Merchzeug. Keine Ahnung, aber wisst ihr, wie geht man ja auf die Gamescom wegen Merchzeug natürlich. Okay, das war so meine Warte wieder aus. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Gamescom. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und fink dich, Tio.